...dammt großes Gebiet. Zentrale hier in 3,5 A 10. Schickt hier 50 her. Der Verdächtige muss hier vorbeigekommen sein. Jo. Sehr schön. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Kempten Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Ja, genau. Und noch einer. Hey, Rock hier. Pass auf. Der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Kempten Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche, was über ihn herauszufinden. Wir sprechen uns später. Genau. Wenn wir diesen Blacklist-Fahrer besiegen... Wie verkaufen wir mal ein? 76, also sowas um die 30.000. Gut. Wenn wir diesen Blacklist-Fahrer besiegen, dann kommen wir nämlich nach Kempten Beach. Wird nämlich der nächste Ort. Der nächste Ort von Rockport. Für uns freigeschalten. So, also wir brauchen ein Cocktail von 5.000. Und wir müssen noch ein paar auf Kortizilwagen rammen. Gut, gut. Sollte eigentlich kein Problem sein. Da muss ich mal ein. Wir hängen uns hinter ihm. Ich versuche aufizuholen. Oh, macht der die schöne Mautstille kaputt, ey. Wo ist er denn? Wo ist er weg? Oh, da sind sie gebraucht. Jawohl, Kopfgeld haben wir schon mal erreicht. Ah, verdammt, den hat man jetzt schützt, hat der Bonke. Oh, Mann, das ist ein Dachschau. Bekürzung, Fäublezverdächtigen, beschabung. Er ist vorbei, sehen weiter. BÄM! Du Lüscher, nur weil der Verkehr zu dicht ist. Weiter unter Druck, die Rülle, weiter unter Druck setzen. 3 Delta 10 und alle Versorgereinheiten, seid vorsichtig, wir haben die Straße durch. BÄM! Voll zerrt der Bord. Fala hat die Sperre einfach durchbrochen. Hat es nicht konflikt verloren, versuche ihn wieder zu bilden. 3,3, jetzt wieder in Sicht, bin immer noch kurz rein. Ihr seht auf den Kappel. Ihr rausfällt das Gelände. Nein, nein! Nein! Nein, nein! 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 Verstärkung gibt es mir dann nur Minute. Sehr cool. Und... ...in dieser Bank zerstört. Das ist eine Sache, ich halte nicht mal. Bam, 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 bam. Was ein Steinskonten ist, ich habe vorbeigerast. Wih, ich bin ein Steinskonten. Noch. Jetzt will ich mehr. Ah, das ist ja... Und die haben Verstärkung bekommen. Du kannst auch hier verschieben. Werde mich dann. Gut, legen wir los. Zentrale schickt alles, was ihr habt. Der Kabel muss langsam auf die Nerven. Scheiße. Zu spät gesehen. Schön, es hat da bauen können. Der Verdächtige versucht, mich von der Straße zu schieben. Schauen, Schöpfex. Bin am Einsatzhaut. Also mit Straßensperren sind noch ziemlich zaghaft. Ich stelle sie noch nicht so oft auf. Alle. Knatzt. Nichts zu machen, hält dich dann. Wir versuchen ihn abzubringen. Leider sehen, aber passt nicht aus. 2-9, der GmbH in der GmbH aufblicken. Verraten Sie den Tag. Wait. Wo fahr ich denn jetzt? Genial. So, wieder mein Lieblingsstopper genommen. Oder auch nicht. Er ist irgendwie im Stadion gekommen und raus würde Platz auf die, äh, durch den Übersicht der Ausfahrt zu verbreiten. Sehr klar, ich habe alle Einheiten verloren. Ich brauche mehr Unterstützung. Scheiße. Äh, jetzt kriegen die gleich wieder Verst... Verst... Verstützung, genau. Verstärkung. Komm mal schnell näher. So finde ich südlich, eurer 20. Oh, fucking you. Scheiße, LKW. Scheiße, LKW. Ja, ich kann jetzt nicht reden, wir sind gerade gefangen worden. Komm, oh Gott, Geld. Wir haben schon mehr als genug Kopfgeld zusammen. Ohne, Einheit aufgefallen. Um das mit WIG aufzunehmen. Scheiße. Ah. Lief mich ganz so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Ja, ich habe es mir ans cadence. Ich habe mich ganz so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Und ich habe mich ganz so, wie ich bin, das hier für mich auch Anna. Und ich habe mich ganz so, wie ich weiß, wie ich das jetzt vorgestellt habe. Und ich habe mich ganz so, wie ich bin. sind vielleicht das was kommt was aber nein so gut muss er nicht los woher sie bis zu uns geflogen ich will einen schnellen Zugriff ich will einen schnellen Zugriff ich will einen schnellen Zugriff hat er BÄM gemacht so und jetzt haben wir noch einen auf dem Hals jawoll auch eine Straßensperre ich kann direkt durchfahren hier ist keine Einheit mehr außer mir ich brauche Verstärkung ich bin auch ich bin ich bin und 6 3.000 Kopfgeld haben wir gekriegt, plus 5.000 für zerstörte Polizeiwagen.